Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist gescheitert. Es hatte Webfeder von Anfang an. Die Abnahmegarantie und die Garantievergütung vor allen Dingen sind für die erneuerbaren Energien ein Fass ohne Boden. Der Verbraucher zahlt es am Ende, und zwar der Verbraucher, der sich solche Anlagen auf seinem Dach oder einer Windmühle eben nicht leisten kann. Das ist von vornherein unsozial und das lehnen wir ab. Ein durchschnittlicher Haushalt bezahlt heute 220 Euro pro Jahr nur für die erneuerbare Energieumlage. Das ist einfach unsozial und wir sollten darüber nicht mehr lange diskutieren müssen. Also brauchen wir neue Ansätze. Und diese neuen Ansätze für die Energieversorgung der Zukunft müssen lauten Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Und, und das ist für uns Liberale besonders wichtig, Technologieoffenheit. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass wir oft Technologien gefördert haben, mit viel Geld gefördert haben, sie als marktreif erklärt haben und sie sich dann in dem Ergebnis dann doch nicht als marktreif herausgestellt haben. Das ist alles nicht sehr erfreulich und ist eben auch nicht marktwirtschaftlich und letztendlich schadet es uns allen. Ich fordere deshalb für die Zukunft eine technologieoffene Diskussion. Das beinhaltet unter anderem auch Themen wie Speichertechnologie fördern und nicht, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben, eben an Technologien arbeiten, die sich letztendlich dann nicht sinnvoll herausgestellt haben. Ich erwarte auch einen ganzheitlichen Ansatz. Wenn wir zum Beispiel die Windenergie nehmen oder auch die Solarenergie, die ja nicht immer zur Verfügung stehen, dann muss in diese Energiekosten hineingerechnet werden, was es kostet, auch die redundanten Energien bereitzuhalten, sprich die herkömmlichen fossilen Kraftwerke, die wir ja allen Teilen noch lange brauchen werden. Schon vor diesem Hintergrund wird es nicht so leicht möglich sein, ganz schnell aus der Braunkohle auszusteigen oder aus anderen fossilen Energiequellen. Wir werden sie noch sehr lange brauchen, länger als uns vielleicht lieb ist. Wir sind sicher nicht diejenigen oder ich bin auch nicht derjenige, der das so befördert. Die Braunkohleenergie ist keine saubere Energie, wir müssen daran arbeiten. Aber in Zukunft brauchen wir mehr Zeit, nicht diese Brüche, die wir in der Vergangenheit dauernd erlebt haben. Zeit für den Umbau der Energiepolitik, Zeit für den Umbau auch zum Beispiel der Lausitz, damit sie auch eine Zeit nach der Braunkohle hat, die sinnvoll ist. Aktivdannend.